so herzlich willkommen zurück ich hab da wirklich mal irgendwen begrüßt dass ich das immer tue das kam jetzt einfach so tut mir leid so jetzt habe ich so lange nicht gespielt jetzt bin ich voll raus bestimmt ne woche oder eineinhalb ich war bei diesen kristallwichser und er hat mich immer wieder zerknöppelt so wie ich das in erinnerung habe ich habe zwischendurch auch mal geguckt irgendwann hatte ich mal geguckt wie ich das am besten angehen sollte weil meine taktik war anscheinend ja wohl doch nicht so die beste habe jetzt aber auch nicht wirklich bessere taktik gefunden ich werde nur mal wieder umrüsten auf meine kleine waffe weil irgendwie sagt mir das gerade mehr zu ich habe die rüstung ja voll verbessert fällt mir auf wusste ich auch noch nicht dachte jetzt so ja verbessert doch mal deine rüstung pustekuchen ist schon voll verbessert mache ich mich da jetzt gleich noch mal dran oder mache ich erst was anderes dann ist die frage was ich könnte ja mal runter zu den ganzen dämonen gedöns laufen aber da müsste ich so weit laufen und wenn ich es dann nicht hinkriegt da muss ich wieder hochlaufen ist auch ein bisschen lästig eigentlich wieder hoch muss ich denn da hinlaufen zumindest wieder durch den gift scheiß ne ich versuche noch mal diesen kristallwichser obwohl danach müsste ich ja dann trotzdem zu den dämonen oder zu den vier königen bei denen ich mir aber auch nicht so sicher bin wie ich dahin komme und ich bin auch nicht sicher wo ich den ring dafür her kriegt gerade das müsste ich dann auch vorher noch mal googeln und das ist nicht mal eine schande bei dem spiel dass man mal was googeln was finde ich es ist halt schwierig rauszufinden alles naja man sieht ich bin außer übung beste voraussetzung für den bosskampf bei denen schon 30.000 mal gescheitert bin ich weiß gar nicht viel oft jetzt dreimal kann sein hier war nichts warum gucke ich überhaupt jetzt wenn ich da noch nicht geguckt hätte irgendwann mal ich hoffe dass es wird mal was dann graut es mir vor den dämonen da unten da warten einige üble gesellen auf uns ihr seid auch üble gesellen ich frag mich ob man hier irgendwo noch rauf kann es scheint keinen sinn zu machen nö irgendwie nicht zacki zacki bevor die wichser da kommen ja super taktik rolle in deinen gegner rein und da kann ich nicht treffen alter wie mache ich das jetzt eine taktik habe ich mir aufgeguckt da kann man dann besser den schwanz abschlag aber das schwert das man da kriegt ist eigentlich eher für magier von daher für mich irgendwie unbrauchbar hier weil ich einfach nur der haut drauf typ bin und ich möchte es nicht noch auf magie skillen das macht nicht unbedingt sinn jump so dann war hier lang ach ja der gute alte weg ich überlege schon ob ich das vielleicht irgendwie mal schneide wenn ich das jetzt noch so oft scheitern doch so oft wenn ich noch so oft scheitern sollte weil 25 mal denselben kampf auch mitte audio kommentar ist das irgendwann langweilig würde ich zumindest so empfinden geh rein hallo mein kleiner ach komm ey du willst mir doch jetzt nicht den weg versperren oder na sei doch ein braver sehr schön ich habe mir ein bisschen abgeguckt dass es gar nicht mal unbedingt die beste taktik ist immer viel zu nah an ihm dran zu sein sondern ihn eher so ein bisschen in die irre zu führen und dann drauf zu schlagen irgendwie möchte er mir gerade nicht auf die perle rücken kann das sein ich möchte ihn dazu bringen seinen eigenen kristall hier zu zerstören ne das machst du doch voll gerne habe ich gehört ja also man sollte quasi abwarten bis er so sein angriff startet und sich dann aus dem staub machen aber jetzt versuche ich doch glatt mal den schniedelwurz von dem herrn hier na shit habe ich ihn nicht getroffen oder nicht genug alter schwede mein lieber herr gesangsverein diese nahkampf scheiße geht dann schon ein bisschen auf die eier ja genau man soll ihn dazu bringen anzugreifen dann ist das nämlich so ein bisschen außer reichweite und dann kann man ihn ganz easy ein verpassen da brauchen wir natürlich jetzt auch den platz führen ja er lässt sich aber auch zeit der junge komm auch nur zu einem schlag das ist ein bisschen scheiße aber na gut das macht ihm mehr der mensch als ich eigentlich erwartet hätte da könnte ich vielleicht sogar die taktik mit dem großen schwert fahren eigentlich das hat einen der sieht ziemlich geil aus muss ich gerade sagen von der grafik her macht er richtig was her ach guck mal jetzt habe ich ihm gleich drei mitgegeben ich hier mit dem großen schwert einen mitgeben können ok dann macht das wahrscheinlich genauso viel schaden hm das ist jetzt die frage aber gut wenn ich hier scheitern sollte was war das jetzt für die nummer ich hole einfach mal so in die gegend oder was schon klar dass du deprimiert bist weil du mich nicht fertig machen kannst lol hatte ich bei ihm noch nie dass er mich schlagen wollte ja gut da habe ich gerade noch mal gut reagiert anvisieren und schild hoch das anvisieren habe ich unterbewusst gemacht da hatte ich echt schwein sonst hätte er nämlich glaube ich mehr erwischt ja komm komm mal erstmal wieder her hier mein kala kompane ich glaube das war nicht so klug doch ich will ja nichts sagen ne aber deine kristalle alter 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 ne ich möchte hier irgendwie nicht gegen dich kämpfen find das voll doof find du kommst jetzt erstmal wieder hier hinten hin weil hier ist ein bisschen mehr platz ne jo komm jo komm da her du kleine fee du diese flügel sind ein bisschen gay ich nehme ihnen seine furchterregende äh aussage ja ab aber irgendwie sind die flügel gay bringt ja nix wenn ich badass aussehe und dann schwule flügel hab aber ich sehe so viel ist gar nicht zu glauben jetzt habe ich mich hier zu weit in die ecke drängen lassen nee 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 oh hol deinen schniedel raus alter fucking fuck 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 das macht echt extrem viel schaden läuft aber gut viel besser als bei meinen anderen versuchen muss ich sagen ist ein bisschen deprimierend ne schaut man sich die ganzen anderen sachen an und dann fail ich da einfach nur so hardcore obwohl das hier ja so easy sein kann ja geil das war's über 1000 schaden mit einem angriff das war aber leicht jetzt irgendwie man braucht irgendwie nur die richtige taktik denn ist das spiel einfach ziemlich leicht ein bonfire mann so erfolgreich war ich lange nicht in so kurzer zeit zehn minuten gespielt und schon den ersten boss fertig gemacht das tempo muss ich halten ein level könnte ich aufsteigen kondition 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 so und den teleport nach ja gehe ich jetzt runter oder gehe ich in die geisterscheiße geisterscheiße weiß ich nicht also gehe ich runter was war denn das das war doch irgendwie die tochter des chaos genau da muss ich hin jetzt habe ich noch so viele seelen kaufe ich dafür irgendwas oder nicht ach du schon wieder was willst du denn ja komm krieg ich da mal rum kannst ja hinterher kommen ich hab Zeit Koma der kommt wirklich hinterher Junge das wird nichts ich bin schneller als du ja wir warten jetzt nur Endgegner auf einen selbst die normalen Gegner sind Endgegner zwar kleine aber trotzdem da hinten der erste Endgegner aber da muss ich auch nicht lang unbedingt den kann man auch aus dem Weg gehen da liegen nur Items ich glaube eine es liegt an die Flammenglut dass ich das sogar noch weiß wundert mich extrem und irgendwas anderes das war nie wirklich von Relevanz für mich zumindest yeah runterrutschen versteinerte Lava yeah Magma Gestein ich bin mir nicht sicher ob Magma oder Lava da gab es irgendeinen signifikanten Unterschied mir fällt da jetzt gar nicht ein ne Kriegerseele ist okay ja das ist dieser seltsame Taurus Dämon ach was mit zwei Schlägen der schnellste Bosskampf aller Seiten hey ich hab irgendwie Wasser im Ohr ist ein bisschen lästig mit dem Kopf voran ich hab grad geduscht unglaublich ja mit zwei Schlägen das ist ganz easy dann eigentlich weil da hinten kommen mehrere und wenn man dann zwei oder drei von denen am Arsch hat und die dann noch mehrfach schlagen muss dann hat man echt ein Problem oh da unten ist der ah jetzt hab ich noch einen Endgegner mehr scheiß den hab ich ganz vergessen ach verdammt der kann auch ne ziemliche Plage sein hey Jungs ja ach was ihr lasst euch einzeln pullen das doch nett lol kann man euch leicht blocken ihr seid ja mal hammer gay ja komm versuch's doch wie er einfach abprallt plump nächster bitte wie sie mich alle anklotzen wenn wir nicht angreifen wollen da spricht die Angst weil er so einen alten Büffelkopf auf hat ne er kann nicht allzu schlau sein du hast übrigens verfehlt oh das ging ins leere war oh wenn sie doppelhandig nehmen dann ist es gefährlich das glaub ich die einzige Attacke die mir gefährlich sein könnte ich weiß nicht einfach abgestochen wie so Schweine stech stech und weg ja wie läuft das mit euch One Hit oh Gott ist das schön das hier ist übrigens ein Endgegner der hängt hier mal so ganz lässig an der Wand kriegt man erst später dann vor die Nase gesetzt da kann man sich den schon mal so ein bisschen ach nein die Dinger alter Schwede Junge ey was geht ey die hatte ich aber auch lästiger in Erinnerung häss auf die Änderung die Dinger die Dinger